Aber, dieses Programm zeigt schockierende Bilder, die nicht für alle Zuschauer geeignet sind. Die Namen der Toten wurden geändert. Spielen Sie nichts aus diesem Programm nach. Es werden Sie sicherer tun, tun, tun. Was geht da für Leute? Seid ihr wieder da? Und zwar mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 932. Mit dem Titel Shogun. Und Euram. Und verdammt. Unter dieser Maske kriegt man einfach absolut keine Luft. Deswegen mach ich's doch außerplanmäßig ohne. Die Szene, beziehungsweise das Kapitel startet auf dem Bankett von Orochi, wo Kumurasaki startet Musik zu spielen. Direkt switcht die Szene aber wieder rüber zu Robin und in Oni war Banshu. Als Erklärung sagt sie denen, sie sei Ushimitsu Kozu. Also dieser Junge, der immer zur Geister oder zur Hexenstunde nachts kommt, das Geld von den Reichen klaut und es den Armen gibt. Ich hab keine Ahnung, wieso sie behauptet, dass sie eben dieser Typ, beziehungsweise, ja, dieser Dude, Mann, Frau, wie auch immer, weiß man ja noch nicht sein soll. Was hat sie davon, wenn sie das denen erzählt? Vor allem, genau nachdem sie das gesagt hatte, löste sie sich plötzlich in einem Meer voll Blumen auf, wie bei ihrer Teufelsfrucht nun mal üblich. Denn es war gar nicht die echte Robin, die da war, sondern es war einfach nur ein Klon, erzeugt mit ihrer Teufelsfrucht. Wieso erzählst du denn überhaupt was und löst sich nicht einfach sofort auf? Also diesen Plan dahinter, da bin ich echt mal gespannt, was Oda da aus dem Hut zaubert. Der Anführer der Oni Wabanju, und da muss ich jetzt kurz mal den Namen nochmal nachchecken, Fuku Rokuchu, der mit dem langen Schädel und diesen Enelohren, sagt zu den anderen Ninjas, los, verfolgt sie und findet sie und bringt sie mir her, sozusagen. Was ein kleiner interessanter Run-Fact ist, und zwar der Fuku Rokuchu gibt es auch in Japan in echt, beziehungsweise in einer Legende sozusagen, denn er ist einer der sieben Glücksgötter. Und einen weiteren dieser sieben Glücksgötter haben wir in One Piece auch schon getroffen, beziehungsweise man hat den Namen gehört, und zwar Ebisu. Und es gibt ja diese Ebisu-Stadt, diese Stadt, in der Zorro sich momentan befindet, wo alle auf einmal grinsen. Ojemine. Naja, auf jeden Fall springt die Szene wieder rüber zum Bankett, wo Orochi auf einmal anfängt, irgendwelche Geschichten zu erzählen und richtig panisch zu wirken und alles mögliche. Denn im Grunde genau heute, beziehungsweise so ungefähr vor 20 Jahren, hat Toku Kutsuki, also die Frau von Oden, beziehungsweise die Mutter von Momonosuke, ihre Vision gehabt, dass in 20 Jahren 9 Leute kommen werden und sich sozusagen Orochis Kopf holen werden. Und da dieses Datum heute ist, oder beziehungsweise in der nächsten Zeit sein wird, schiebt er jetzt momentan ziemlich Panik. Seine ganzen Gefolgsleute schauen schon. Nicht schon wieder diese Geschichte, wieso, die erzählst du uns doch dann dauernd. Naja gut, er hat halt Panik um seinen Kopf, Orochi ist halt nun mal so ein Charakter, auch vom ganzen Typ her, was man so bisher von ihm gesehen hat. Oje, oje, oje. Auf jeden Fall sagt er, diese ganzen Vorfälle, die momentan in Wano passieren, sei es diese Vorfälle mit den Sumoringern oder eben, dass einer von Jacks Leuchtenblatt gemacht wird oder das mit dem Soberstand, wo er Sanji war, soll wohl alles mit der Prophezeiung zusammenhängen. Naja, wenn er mal wüsste. Auf jeden Fall sagt er dazu auch, dass die 9 Samurai, die kommen würden, wohl anscheinend extrem stark sein sollen, weil man kennt diese 9 Samurai. Sie kennen sie von vor 20 Jahren, es waren wirklich existierende Leute. Ich meine jetzt ganz ehrlich, also Kinemon wissen wir ja, Kanjuro und Reizou. Ja, ja. Kinemon ist schon okay, er kann immer ein Feuer zerschneiden, Kanjuro haben wir da jetzt im Kampf noch gar nichts gesehen, kommt mir eher vor wie ein Lappen. Und Reizou, er hat halt so ein paar kleine Tricks, ja. So mega extrem stark kommt es mir jetzt nicht vor, aber naja gut. Und wir wissen ja nicht, wie stark Oroch letzten Endes ist, es kann auch sein, dass für ihn wirklich alles stark ist. Zudem sagt er noch, dass Kinemon wohl anscheinend der Anführer dieser 9 sein soll und ein extrem schlauer Kopf sein soll. Ja, Kinemon und schlau. Ja, ja, ja. Also die meiste Zeit benimmt er sich ja einen wie ein ziemlicher Volldepp. Aber na gut, vielleicht hat Kinemon einfach noch nicht gezeigt, was er drauf hat, das wissen wir ja letzten Endes nicht. Ähm, Kiyojiro, dieser Dude mit dem Schwert, der auf das, glaube ich, das Geld von Orochi aufpasst oder so in der Art, oder Geldeintreiber ist, irgendwie sowas. Der freut sich auf jeden Fall schon, wenn die 9 auftauchen, denn er will sie einfach alle niederschnetzeln. Ähm, plötzlich lacht Otoko. Falls ihr nicht mehr wisst, wer Otoko ist, das ist dieses kleine Mädchen, die bei Komorazaki immer rumrennt, die von Sanji Soba bekommen hat und die ganze Zeit am Grinsen ist, auch wenn sie gleichzeitig heult und sowas. Die vermutlich auch aus Ebisu stattkommt, deswegen immer das Dauergrinsen. Ähm, als Orochi das hört, uh, da rastet er ziemlich aus und möchte mit dem Schwert auf Otoko losgehen. Aber zum Glück stellt sich Komorazaki vor Orochi und gibt ihm einfach mal eine richtige Respektschelle. Geil. Geile Frau. Okay, ähm, natürlich lässt sich ein Orochi das nicht gefallen und verwandelt sich urplötzlich in seine Teufelsfruchtform und zwar Yamato no Orochi. Und fragt mich bitte nicht, ich hab keine Ahnung, was diese komischen Dinger da in dem Bild sein sollen. Das ist ein Bild aus Manga-Helpers, ähm, pfff. Kein Plan. Irgendwas sollten die wohl verdecken, vielleicht irgendein Name oder keine Ahnung. Ähm, ja, Orochi, äh, nee, nicht Orochi, Komorazaki stellt sich trotzdem Yamato no Orochi, sie sagt, sie würde niemals aufgeben, denn sie ist die Tochter eines Samurai. Und das ist schon mal ganz interessant, also sie ist wirklich die Tochter eines Samurai gewesen. Da ist natürlich wieder diese Theorie im Sinn mit, Hiyori ist vielleicht gleich Komorazaki, ähm, wir wissen es noch nicht. Wäre auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, ziemlich interessant. Ähm, zur genau selben Zeit, wo diese ganze Szene auf dem Bankett ist, finden die Oniwa Banju auf einmal Robin, die sich wohl echt nicht gut verstecken kann. Naja gut, auf jeden Fall ist alles wohl in einem ziemlichen Chaos und Kiyoshiro nimmt plötzlich sein Schwert. Und hier ist jetzt die Frage, warum? Variante 1, sie ist wieder da irgendwie auf dem Bankett und sowas und, ähm, Kiyoshiro möchte Robin aufhalten zusammen mit dem Oniwa Banju. Würde ihn festigen als Gegner in dem ganzen Arc. Variante 2, ähm, er nimmt sein Schwert. Sieht Robin und die Oniwa Banju und will eigentlich die Oniwa Banju irgendwie angreifen, um Robin zu schützen. Problem ist hierbei, wenn er das machen würde, würde er bei Orochi ja gleich als Verräter gelten. Das heißt, das wäre alles ein bisschen komisch. Ja gut. Und Variante Nummer 3 ist, wir wissen ja, er und Komorazaki haben ja ein ziemlich inniges Verhältnis. Und, ähm, Orochi ist ja immerhin momentan kurz davor, Komorazaki anzugreifen. Und möglicherweise nimmt er sein Schwert, um Yamato no Orochi daran zu hindern, Komorazaki anzugreifen. Und das wäre halt ein genialer Plot-Twist ein bisschen. Ich meine, auf der einen Seite, ähm, wäre es ziemlich blöd, weil egal, was Kiyoshiro dann sagt, äh, wie soll er sich da rausreden? Er hat Verrat begangen, wenn er auf einmal Yamato no Orochi da niederschnetzelt. Ähm, sehr, sehr schwierige Situation. Es wäre halt natürlich auch wieder hier mit dieser Hiyori-Theorie, vielleicht ist sie wirklich Hiyori und Kiyoshiro ist eigentlich ein Guter. Und passt halt die ganze Zeit auf, ähm, Hiyori auf. Weil wir wissen ja immer noch nicht, wie dieser Retainer aussieht, der ja diesen Hut auf hatte. Vielleicht war das ja schon immer Kiyoshiro. Wir wissen es nicht. Ähm. Ähm, 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 Problem ist halt echt nur, wie soll er aus dieser Sache dann halt herauskommen? Weil danach müssten sie beide abhauen, sowohl Komorazaki als auch Kiyoshiro. Die können nicht mit Baurori bleiben, weil der würde sie einfach töten. Oder würde sie töten lassen, beziehungsweise. Ähm, auf jeden Fall wird es interessant, aber ich glaube jetzt immer mehr wirklich an diese Komorazaki ist Hiyori-Theorie und Kiyoshiro ist diese Retainer. Denn wie gesagt, wir wissen weder wie er aussieht, vielleicht hat ihn auch deswegen oder eben so versteckt, um eben zu zeigen, oder uns nicht zu zeigen, wer er wirklich ist. Weil sonst hätten wir ihn ja gleich im ersten Panel erkannt, wo Kiyoshiro aufgetaucht ist. Und vor allem wissen wir ja auch nicht, wo dieser Retainer letzten Endes ist. Also, mein Raus aus Wano wäre ja ein bisschen blöd. Er hatte ja wahrscheinlich die Aufgabe, Hiyori zu beschützen. Tot sein wäre so eine Variante, wo man aussagen könnte, aber eher schwierig. Ähm, aber es wäre halt klasse gelöst, wenn wirklich diese Kiyoshiro dieser Retainer ist und Komorazaki ist halt Hiyori. Und die haben halt sozusagen Urohi und die Kaido-Bande infiltriert und wollen sie halt von innen heraus mit einem Plan töten. Das wäre halt schon mega geil. Ja, auf jeden Fall waren das die Spoiler zu One Piece Kapitel 932. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Schreibt doch eure Meinung mal vor allem zu dieser Komorazaki ist gleich Hiyori-Theorie und Kiyoshiro ist der Retainer. In die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat, wisst ihr, Daumen nach oben, einen kleinen Klick auf den Abo-Button, falls ihr neu auf diesem Kanal seid. Und wenn ihr keine weiteren Videos in Zukunft mehr verpassen möchtet, dann möchte ich euch ganz freundlich mal hier auf Facebook hinweisen. Denn auch dort bin ich vertreten www.facebook.com slash insane-network. Oder einfach in der Facebook-Suchleiste insane-network eingeben. Am besten getrennt natürlich, weil es sind zwei Worte. Und ich hoffe, wir sehen uns auch dann morgen bei einem Kapitel-Review wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Verdammt, die ist weit weg. Und hau dann. Ciao. Wahaha. Ups. Das war so nicht geplant. Das war so nicht geplant.